Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Sicherheitsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet, um den Schaden zu begrenzen. Die IT-Abteilung der DZ Bank reagierte schnell, um die betroffenen Systeme vom Netz zu nehmen und den Zugang zu den Daten zu sperren. Externe Cybersicherheitsexperten wurden ebenfalls hinzugezogen, um bei der Untersuchung zu unterstützen und das Ausmaß des Angriffs zu ermitteln. Erste Analysen deuten darauf hin, dass die Angreifer möglicherweise Zugang zu sensiblen Kundeninformationen und internen Geschäftsdaten erlangt haben. Art und Ziel des Angriffs Nach Angaben der DZ Bank handelt es sich bei dem Angriff um einen sogenannten Ransomware-Angriff. Dabei handelt es sich um eine Art von Malware, die die Dateien eines betroffenen Computersystems verschlüsselt und ein Lösegeld für die Freigabe der Daten verlangt. Die genaue Höhe des geforderten Lösegeldes und ob die Bank bereit ist, auf die Forderungen einzugehen, wurde nicht veröffentlicht. Die Hacker scheinen gut organisiert und sehr professionell vorgegangen zu sein. Sie nutzten offenbar eine Sicherheitslücke in der IT-Infrastruktur der Immobilientochter, die bisher unbemerkt geblieben war. Sicherheitsexperten untersuchen derzeit den Ursprung des Angriffs und versuchen, die Hintermänner zu identifizieren. Auswirkungen auf die Kunden und den Geschäftsbetrieb Die DZ Bank hat ihre Kunden umgehend informiert und Maßnahmen ergriffen, um das Risiko weiterer Schäden zu minimieren. Kunden, deren Daten möglicherweise kompromittiert wurden, wurden aufgefordert, besonders wachsam zu sein und verdächtige Aktivitäten auf ihren Konten zu melden. Ebenso wurden interne Prozesse angepasst, um den Geschäftsbetrieb trotz der Einschränkungen aufrechtzuerhalten. In einer Pressemitteilung erklärte ein Sprecher des BSI, Cyberangriffe auf Finanzinstitute sind keine Seltenheit, aber die Professionalität und Koordination dieses Angriffs sind besorgniserregend. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Fall aufzuklären und die Verantwortlichsten zu identifizieren. Polizei und Ermittlungsbehörden raten betroffenen Unternehmen zu erhöhter Wachsamkeit und regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen ihrer IT-Systeme. Überblick über die bisherigen Erkenntnisse Bislang sind folgende Erkenntnisse bekannt. Der Angriff wurde am Dienstagabend durchgeführt und am Mittwochmorgen entdeckt. Bei einem Ransomware-Angriff wurden Daten verschlüsselt. Dabei handelt es sich um sensible Kundeninformationen und interne Geschäftsdaten. Die DZ Bank hat sofortige Maßnahmen ergriffen, um den Schaden zu begrenzen und Kunden zu informieren. Ermittlungen des BSI und internationaler Behörden laufen. Der Ursprung der Angreifer ist bisher unbekannt. Es gibt jedoch Hinweise auf eine bereits bekannte Hackergruppe. Schlussfolgerungen und Empfehlungen. Der Vorfall zeigt erneut, wie wichtig es ist, robuste IT-Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren und kontinuierlich zu überwachen. Unternehmen sollten regelmäßig Sicherheitsaudits durchführen und in Cybersicherheit investieren. Mitarbeiter müssen zudem für potenzielle Gefahren sensibilisiert und geschult werden, um ähnliche Vorfälle zu verhindern. Die DZ Bank und its Real Estate subsidiary now face the challenge of repairing the damage, regaining customer trust and ensuring that such an incident does not happen again. The coming weeks will show how successful the measures taken are and what consequences this incident has for the corporate landscape in Germany. Anita Farke Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Der behinderte Bewertung Der und spürt Anwak W intéress Seid